es sind gemacht keine Ahnung ja das ist nicht schwer von hier aus bin ich nicht komm mal wo ich bin weiter die Masse ist ich verkacke okay also ich springen nicht um den Block und trefft auch nicht die andere Seite äh die reihe der Karte Doppelsprung aber Pasi nein nein einzig Klinik manchmal ich einfach gerne in die Fressraum kommt jeder der Klinik okay die Meister oder das war der erste Sprung und ja dass dort da hat sich stunden na 1 2 3 4 5 6 7 8 10 die so zehn Stunden hat es zu dort nein sauber Ich guck gleich Tosh O Dann hab ich Meinst du Tosh Point O? Nein Ich mein das andere Tosh O Und dann hab ich halt wieder was zu lachen Schade, dass heute nicht Reality Show läuft Mh Die läuft leider erst morgen Alter, Pazzo, wie machst du den? Achso, und äh Wie macht er die? Und, äh, nee, ich weiß jetzt, äh, diese andere Familie Diese blonde, die der genagelt hat, diese eine Die wir nicht kannten Geschafft Das ist einfach nur ne andere Familie Also Irgendwie, äh, sagt am Ende der Typ, äh, dass er Dass er diese anderen viel spannender findet Als die Warwigs Ja Und daher kann man sich schließen, dass das ne andere Familie ist René, soll ich dir sagen, wie's geht? Ja, bitte Also warte, ich komme So, guck mal Stell dich hier, drückt Schiff, das geht bis hier ganz hinten So ganz zur Seite Wenn jemand erstmal weg, nicht mal Zick, jetzt mal Dann gehst du ganz kurz weiter noch da, guckst weiter noch da Ganz schnell weh und dann springen Ah, nicht Und dann halt umdrehen So, Höfner ist ja alles, ja, so und jetzt Doppel-Wir-und-Sprinten Also Doppel-Wir-und-Sprinten Dann halt umziehen Höfner ist für alle Shred Was, jetzt bei jedem Sprung Super Was, sauber uxbott Was, das ist aufgeben, ne? Höfner ist für alle Daaah Daaah Wir, werd' das aufgeht Wollen wir nicht noch 5 Minuten machen? Ja, ich würde auch sagen, dass wir zu Ende Ja, Leute, bis zum nächsten Mal bei Minecraft Adventure Maps Warte, 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 warte Ich mache noch kurz die Zeit an das Ja, dann bis bald Herzlich willkommen, Leute Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Adventure Maps Heute mit mir, dem Pazzy und den Grobi Ja, äh Wow, was voll witzig, ey Pazzy Ja, wir nennen ihn Grobi, weil er gerade voll ausgeflippt ist Voll ausgeflippt Du bist richtig abgegangen, ey Also Pazzy hat die Mischten schon geschafft das letzte Mal Und ich und René müssen Fuck Einen Dreh rausfinden Und ich und René müssen es noch schaffen Fail Fuck Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen Ich hab da so eine kleine Idee Fail Oh, ich hasse sowas Ja, ich versuch das so wie Pazzy es mir erklärt hat Wo man den Dreh nicht raus hat, die sind schwer Sonst ist alles einfach Aber wenn man den Dreh nicht raus hat, ist es schwer So, der erste Fail Man Wie ich sehe Wie ich sehe, ist der Server auch auf friedlich Pazzy Hast du gut gemacht Und ist auf der 1.6er Ach ja, genau Die 1.6er ist draußen Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet, dass es jetzt diesen extra Launcher gibt Bisschen scheiße, finde ich das Ja, aber mir geht, also bei mir ist das irgendwie übergeguckt Also Ich muss einfach nur auf mein normales Minecraft klicken Also ich muss am Anfang auch den Launcher erst herunterladen Da muss ich immer auf den Launcher klicken Dann habe ich den Launcher gelöscht, weil ich das nochmal neu machen wollte Und dann muss ich nur auf Minecraft klicken Und dann war es schon jetzt 1.6er Ja, also Also hast du jetzt gar nicht mehr die 1.5er oder wie? Nee, ich hab die gar nicht mehr Deswegen war das auch nötig, dass er Pazzy es auf der 1.5er machen muss Aber ich wusste, dass Pazzy es schafft, weil Ja, weil er wie King ist Weil er Oberprophet ist Hast du jetzt auch das vorherige, welches Texture Pack hast du jetzt drauf? René, das habe ich dir schon 13.000 Mal gesagt Ja Kann sein, dass du Neues hast Ich hab dir Das schon vor drei Tagen oder so Habe ich das schon gesagt Vor drei Tagen, als ich noch gar nicht raus war? Vor drei Tagen war ich raus Vollidiot Wie ist die letzte Woche rausgekommen? Sauber, René, hast gar nicht gefehlt Ah, kacke! Weil du die heute jetzt abgedatet hast Nein Nein, war René heute erst ein Texture Packer Äh, äh, herausgefunden hat, wie man das machen kann Ich bin im Default Tja 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 Mann, ich hab den ersten Tisch, hab den jetzt einmal geschafft Und der Und der Gott Jetzt steht doch noch gar nicht, ich stehe hier rum Auro, Auro Ja, sorry, das muss ich sein Hä, ich ticke jetzt nicht, dass man nichts Fassi, was hast du gemacht, um das Anruf zu kommen ich blick nicht durch du musst uns helfen er hätte das beim ersten Mal geschafft er hätte auch mehrere Versuche braucht aber halt nicht so viel an er hat halt den Bogen raus und erklärt uns nicht wer es gemacht hat das ist echt schlimm bei Minecraft oder die Maus nicht nein ich bin gerade im Menü und sehen meine Maus nicht glaube ich hat den Bogen raus wie 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 ich gehe mal bis zur letzten Karte also ich bin immer zur bis zur Kante wirklich bis zum Ende gegangen hab dann gesprintet und bin dann rumgesprungen bis nach ganz außen also mit der Falter mit A nach außen gegangen also was aus es kommt mir sofort als ob es ganz außen war also es ist schon ziemlich weit es ist schon ziemlich weit vom Block sage ich mal so Fax ist schwer das ist so nervig das Richtigöde sagst du und der da ich schätze mal meine Maus ist A A A was ist das Fazi was hast du gesagt ich sagte ich schätze mal meine Maus ist ein bisschen berührt das ist gut ja auch nicht hast du noch gleich wieder da hofft hätte noch eine andere oder die geht da ich bin mir nicht sicher irgendwie habe ich den Boden raus und irgendwie auch nicht und das Problem ist da gibt es gleich noch eine Reihe wo man sich bringen muss ja aber da hat man ja sowas wie ein Safe-Freund oder so ne ich weiß es nicht hoffentlich hoffentlich wer sind es echt traurig war A ich war heute mittags so im haus zu ne es riecht totaler feuer ich renne rum riecht an den ganzen Türen ob da irgendwo feuer ist ich krieg voll die Panik scheiße wo kommt der Geruch her geh raus in den vorhof was ist der Nachbar grillt und das stinkt so derbe nach feuer oh ja dann wird die wüste war bestimmt voll schwarz ja steht da voll sein Leben trinken paar Bierchen voller die Würste brennen halb ab kannst du schon fast selber als Kohle verwenden der lebt voll gefährlich der Typ war richtig gefährlich mein Vater kommt an und macht ok das nicht gemacht jetzt verkack ich eh wieder AHHHHH ich hatte recht ich hab auf jeden Fall das FUX PPD wieder drin wow genau ich hätte den Link in die Videobeschreibung davon packen oder was ne was der damit keins tja sag grad mal wieso ich würde mich immer noch interessieren welches TIP-TAPK die da hat ja das hat ziemlich gut aus aber ich glaub aber das finde ich auch ziemlich gut dass er von mir jetzt ja für Adventure Best würde ich eh kein so Foto Realness TIP-TAPK nehmen oh ja genau das sollte man tun ja das sollte man echt tun hann hast du recht ja scheiß ja ich hab ja echt sich ne ich hab das ist auch schon eher so ein Foto wie das Uleisum das ist ein fataler Fehler den ich begangen habe ich muss mich jetzt umbringen Sogar dass die Fortpack ist bunter Oh ja Jetzt gleich kriege ich erstmal eine fette Schinkenpizza Wow Hatte ich ja noch nie Ich beiß mal was von meinem Brot ab Ich hab nämlich Hunger ein bisschen Ach Lecker Super Jetzt muss ich hier wieder alleine für Unterhaltung sorgen Super wenn ich schaff's gleich und dann Sag ich das geschafft oder nee nee du hast es bestimmt hier Aber ich schaff's eh nicht Ah Mann Arzt Ficken Ich kann auch wieder gehen Das ist ja Jetzt muss ich die erstmal wieder schneiden Na Pizzer mal zu dumm ist um sie selbst zu schneiden Bei manchen muss man sagen dass sie geschnitten werden sollen Manche können es aber von Natur aus Ja manche machen es einfach so manche so Manche wollen dass man den Nassau sagt Ah scheiße ist die heiß ey Die sah aber frisch aus Noten aber richtig frisch Und manche Machen es ab Machen es einfach nicht Machen direkt aufs ganze Ich bereise mal wieder ein Stück von meinem Brot ab Mach das Also der erste Sprung ist irgendwie gar kein Problem mehr Ist ja irgendwie Genau Siehst du Das sind aber alles die Selbstsprünge Wieso verkack ich die danach immer Der erste kein Problem René Kein Problem Joga Oh Ficken Erste kein Problem Und der 3 ist Der 2. ist am schlimmsten Oh Gott Ne eigentlich fähig ich den 3. am schlimmsten Wenn man den 2. gepackt hat dann denkt man sich ja jetzt hab ich's drauf und dann Theoretisch hat man es eigentlich auch raus und schafft das dann irgendwie Aber am Ende verkauft man doch Das ist ultra nervig gerade Ich kann es doch mal wieder darauf schaffen Boah alter Ich muss mal das Texture Pack neu reinmachen weil die Schrift ist immer noch so im Armus Echt? Hm Alter es hat brutal wie sehr die nach Ketten nach Tomate schmeckt Tja Mann War beim dritten Sprung oder so Und dann hab ich verkackt Das schmeckt so als hätten die die Tomate direkt über der Pizza ausgedrückt einfach Tja Habe die bestimmt gemacht Hab die bestimmt gemacht Habe 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 die bestimmt gemacht Vielen Dank.